Weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. In den letzten zwei Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Ich bin nur hier, um nach dunkler Brut Ausschau zu halten. Ich meine es nicht böse, aber bitte fragt jemanden im Dorf. Der Ban ist mit Tarin Login nach Norden gezogen. Lothering ist also sich selbst überlassen. Die meisten Leute wenden sich an die älteste Miriam. Ihr könntet aber auch mit Sir Bryant in der Kirche sprechen, nehme ich an. Es ist eure Entscheidung.